Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Wer sollte in Abwesenheit von Luis Advincula in der Qualifikation gegen Brasilien starten? Luis Advincula wurde in Paraguay ausgeschlossen und wird bei den Südamerika-Qualifikationsspielen nicht gegen Brasilien antreten. Wer sollte am Dienstag beim National an seiner Stelle sein? Die peruanische Nationalmannschaft hat in Paraguay zu Beginn der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 einen wichtigen Punkt geholt, aber auch einen entscheidenden Punkt für das nächste Spiel der Mannschaft von Juan Reynoso verloren. Gibt es Spieler, die sein Fehlen gegen Brasilien ausgleichen können? Juan Reynoso führte in Ciudad del Este keine Experimente durch. Er schickte vier Verteidiger auf das Spielfeld, wie es die peruanische Mannschaft schon vor der Garreca-Ära spielte. Allerdings sorgte der Elan von Luis Advincula, der aufgrund seiner guten Momente bei den Boca Juniors mehr auf Angriff als auf Verteidigung dachte, im Hintergrund für enorme Unruhe. Tatsächlich wurde er noch vor dem Ende der ersten Etappe vom Platz gestellt. Dies führte zu einer Planänderung, bei der der Einstieg von Aldo Corzo von entscheidender Bedeutung war. Der Rechtsverteidiger, der diese Saison als Innenverteidiger für Universitario de Deportes spielt, zeigte mit dem Trikot der peruanischen Nationalmannschaft, dass er ein mehr als versierter Fußballer ist. Und das sollte uns nicht überraschen, bei der WM-Qualifikation 2018 hat Aldo zwölf Spiele bestritten, und das alles auf einem sehr guten Niveau. Mehr noch, daran erinnern sich nur wenige, er war es, der im wahrsten Sinne des Wortes Kopf über das Foul verursachte, das Paulo Guerreros Tor gegen Kolumbien auslöste, das uns den Schritt in die internationalen Playoffs ermöglichte. Darüber hinaus ist er für die hervorragende Leistung in Erinnerung, die er in den vergangenen Qualifikationsrunden im Auswärtsspiel gegen die Kaffeebauern gegen Luis Diaz, Kolumbiens Spitzenfigur, erzielte. Eine weitere Option auf der rechten Seite ist Miguel Araujo. Der Innenverteidiger, der die Farben der Portland Timbers trägt, hat einige Spiele als Rechtsverteidiger absolviert und war dabei nicht fehl am Platz. Tatsächlich spielte er auf dieser Position zusammen mit Juan Reynoso in einem Freundschaftsspiel gegen Paraguay. Offensichtlich könnte ihn dies jedoch im ersten Spiel der Qualifikation, wo er am Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, von dieser Option abbringen. Es ist nicht unvernünftig, wenn man weiß, dass der peruanische Trainer gerne multifunktionale Fußballer hat, aber die Tests sind vorbei. Das wäre die Fünferlinie im Hintergrund. Aber wie würde es entstehen? Die Optionen in der Abwehr wären Luis Abram oder Alexander Kellens, sofern er sich von seiner Verletzung erholt, Renato Tapia, der sich gegen Paraguay gut geschlagen hat, und Aldo Corzo. Und die Extreme wären Andi Polo und Marco López. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram